Sarah is Missing ist ein kostenloses Horrorspiel für PC und Smartphones. Das Geniale an diesem Spiel ist sein gesamtes Konzept. Seine Aufmachung, seine Story, sein Gameplay. Sarah is Missing startet mit diesem Sperrbildschirm. Du als Spieler hast nämlich ein verlorenes Handy gefunden und das Spielfenster besteht aus dem Handybildschirm. Sobald du das Handy entsperrt hast, bemerkst du, dass der Speicher beschädigt ist. Nur eine App funktioniert. Iris. Iris ist eine künstliche Intelligenz, ähnlich wie Siri, was man unschwer am Namen erkennen kann. Nur dass Iris sehr viel menschlicher als Siri ist. Es erkennt, dass du nicht Sarah bist und du erzählst dir via Dialogoptionen, dass du dieses Handy gefunden hast. Iris analysiert die letzten Chatverläufe von Sarah und denkt, dass sie in Gefahr ist. Ziel des Spiels? Herausfinden, was mit Sarah passiert ist. Iris hilft dir dabei, indem ein Teil des Handyspeichers wiederhergestellt wird und du jetzt Chatverläufe, Anrufprotokolle, Kontakte und E-Mails nach Hinweisen, wo Sarah sein könnte, durchsuchen kannst. Natürlich ist da viel Mist drin, zum Beispiel dieser Chatverlauf, wo irgendein Typ versucht, Sarah anzubaggern oder Werbe-E-Mails. Deine Aufgabe besteht darin, zwischen all den Nachrichten nach Hinweisen zu suchen und wenn du denkst, du hast etwas Interessantes gefunden, hältst du den Mauszeiger draufgedrückt und Iris wertet die Daten aus. Nach und nach findest du mehr und mehr Hinweise und es werden mehr Teile des Handyspeichers freigeschaltet. So ergibt sich eine spannende und gruselige Geschichte über Sarahs Entführung. Es gibt auch kleine Rätsel-Einlagen. Die Galerie zum Beispiel ist am Anfang des Spiels mit einem PIN-Code gesperrt. Der Passwort-Hinweis ist allerdings Happy Birthday. Jetzt musst du darauf kommen, in den Kontakten nach der eigenen Nummer zu suchen, Sarahs Geburtsdatum rauszufinden und Galerie geöffnet. Die Fotos und Videos, die du hier findest, sind von echten Schauspielern. Das gibt der ganzen Sache so etwas… Realistisches. Generell fühlt es sich deshalb einfach seltsamer, an dieses Spiel zu spielen. Das Gefühl, durch dieses fremde Handy zu suchen und dabei immer mehr verstörende Dinge zu entdecken, ist einfach… beunruhigend. Speziell ab dem Zeitpunkt, wo du das Handy mit einer Art Virus infizierst und hinter jedem Klick ein Jumpscare auf dich warten könnte, genau so was schafft die Horror-Atmosphäre von Sarah is Missing. Insgesamt findet man hinter diesem Indie-Titel ein einzigartiges Gameplay-Konzept, mit einer beunruhigenden Geschichte und einigen Jumpscares, die aber eigentlich alle gut platziert sind. Ein letzter Tipp von mir, spielt dieses Spiel nicht auf eurem Computer, sondern auf eurem Handy mit Kopfhörern, dann fühlt es sich nämlich echter an. Alles in allem ist Sarah is Missing ein einzigartiges Spiel, dem jeder Indie-Horror-Fan mal eine halbe Stunde widmen sollte. Ende seltsam auf ваши Er �aches Schnitt Masch sperren mich Fritscher Jumpscares die Farbe Fatsch Fritscher N